So, 15 Mal in Folge, ist er nicht geknackt, unser Jackpot. Heute also 45 Millionen Euro in Gewinnklasse 1. Und wenn die heute wieder nicht geknackt werden, also unser Jackpot, dann geht die Kohle am Mittwoch definitiv raus. Aber heute noch mal eine Chance. Die erste ist die 33. Letzten Mittwoch waren ja wieder drei Tipper ganz nah dran am großen Geld, aber mittlerweile haben wir ja gelernt, ohne Superzahl gibt es natürlich auch keinen Jackpot. Aber traurig sein muss keiner der drei Tipper. Lottozahl Nummer 2 ist die 17. Denn jeder bekommt für den einfachen Sechser jetzt rund 590.000 Euro und die Glückwünsche, die gehen nach Niedersachsen, nach Sachsen-Anhalt und nach Schleswig-Holstein. Ich sage, viel Spaß mit dem Gewinn. Weiter geht's mit der 27. Und heute brauchen Sie nicht unbedingt den großen Super-Sechser auf dem Schein. Klar, für die 45 Millionen schon, aber Sie können auch mit Gewinnklasse 2 Millionär werden. Also mit Gewinnklasse, also mit einem einfachen Sechser, da warten rund drei Millionen auf. Nächstes, die 45. Und nochmal drei Millionen, wenn Sie da das Kreuzchen gesetzt haben, die warten dann nämlich in unserer Zusatzlotterie im Spiel 77. Also auch dort eine Millionen-Chance. Die vorletzte ist die 5. Und dann schicken wir zum Abschluss noch Glückwünsche nach Hessen, nach Niedersachsen und nach Nordrhein-Westfalen. Denn da kommen die drei Tipper her, die sich über jeweils 100.000 Euro freuen aus der anderen Zusatzlotterie aus Super 6. Und die letzte für heute ist die 43. So, das sind sie also, die sechs Richtigen. Viel Glück. Gewinnklasse 1 und nochmal drei in Gewinnklasse 2, haben wir gerade eben schon gehabt. Und die Superzahl ist die 6. So, da können Sie nochmal mitschreiben. Hier sind nochmals alle Gewinnzahlen in der Übersicht. Erstmal die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 5, 70, 27, 33, 43, 45 und die Superzahl 6.